Mit dem Medion Acoya S62-12T hat Aldi ein neues Notebook im Angebot. Das 15,6 Zoll Gerät besitzt ein drehbares Display und ist touchfähig. Der Preis liegt bei 499 Euro, womit es 100 Euro günstiger ist als das baugleiche Lenovo Ideapad Flex 15. Ob das Aldi Notebook im Test überzeugen konnte, klären wir in diesem Video. Das Besondere am Medion Notebook, es hat nicht nur einen Touchscreen, der Bildschirm lässt sich auch um 300 Grad drehen, sodass das Gerät wie ein digitaler Bilderrahmen auf der Tastatur steht. Über den 300 Grad Winkel hinaus lässt sich das Display allerdings nicht drehen, man kann das Gerät also nicht als Tablet nutzen. Dafür eignet sich der Modus um Filme oder Fotos anzuschauen oder für Touch-Eingaben. Das Display besitzt eine Auflösung von 1366x768 Pixeln. Für Filme nicht gerade ideal. Hinzu kommt der geringe Blickwinkel des Bildschirms, sowohl horizontal wie auch vertikal. Das entwertet den 300 Grad Modus, weil sich höchstens 2 Personen ohne Einschränkungen bei Kontrast und Farbwiedergabe um das Display gruppieren können. Auch die Helligkeit des Bildschirms könnte besser sein. Ebenfalls nicht ideal, die Scharniere halten das Display nicht stabil. Es wippt immer kurz nach, wenn man den Touchscreen berührt. Als Prozessor ist der Intel Core i3-4010U aus der neuesten Haswell-Generation mit 1,7 GHz verbaut. Dieser kommt normalerweise in Ultrabooks zum Einsatz. Deswegen arbeitet er zwar sparsam, aber mit einer niedrigeren Taktrate als ein üblicher Notebook-Prozessor. Um das auszugleichen, setzt Medion eine Hybrid-Festplatte von Seagate ein. Sie bietet neben rund 500 GB Speicherplatz noch 8 GB Flash als Pufferspeicher. Je nach Benchmark arbeitet das Aldi Notebook mit seinem Core i3 dadurch so schnell wie ein Notebook mit einem Core i5-Zweikerner und Standard-Festplatte. Bei besonders speicherintensiven Aufgaben, wie dem Importieren und Bearbeiten von Bildern, holt es sogar ein Notebook mit Quad-Core aber ohne SSD ein. Seine Grenzen bekommt der Prozessor vor allem bei rechenintensiven Multitasking-Aufgaben sowie beim Umwandeln von Video- und Audioformaten aufgezeigt. Auch für Spiele ist das Aldi Notebook nur begrenzt tauglich. Die integrierte Grafik in den Haswell-Prozessoren ist zwar viel leistungsstärker geworden, trotzdem reicht die Kraft nur für ältere Spiele oder wenn man bei aktuellen die Qualitätseinstellungen deutlich nach unten schraubt. Ein Vorteil der sparsamen CPU, da sie wenig Abwärme verursacht, arbeitet der Lüfter im Aldi Notebook fast immer sehr leise. Außerdem erlauben die sparsamen Komponenten-Medien, das Gehäuse recht flach zu bauen. Es ist knapp unter 3 cm hoch. Die Ausstattung kann sich sehen lassen. So stehen zwei USB-2.0-Ports, ein SD-Kartenleser, zwei USB-3.0-Buchsen sowie ein HDMI- und ein Mini-Displayport-Anschluss zur Verfügung. Auch Gigabit-LAN, 11n-WLAN und Bluetooth 4.0 sind mit an Bord. Außerdem bringt das Aldi Notebook einen DVD-Brenner mit, den man mit wenigen Handgriffen gegen eine zweite Festplatte oder einen zusätzlichen Akku tauschen kann. Der Hub der Tastatur fällt bedingt durch das flache Gehäuse bescheiden aus. Auch der Druckpunkt ist nicht sehr deutlich zu spüren. Besonders die Leertaste gibt nur eine sehr geringe Druckrückmeldung. Das Touchpad reagiert flüssig, auch auf Gesten mit zwei Fingern. Allerdings ist es recht klein geraten. Im Test fielen uns mehrmals Probleme mit Tastatur und Touchpad auf. Zweimal war die Tastatur nach einem Neustart nicht aktiv, sodass sich das Windows-Passwort nicht eingeben ließ. Einmal reagierte das Touchpad nach dem Aufwachen aus dem Standby nicht mehr. Ein erneuter Neustart behob die Probleme jedes Mal. Das Gesamtpaket des Medion Akoya S6212T überzeugt. Touchscreen und Drehfunktionen bekommt man bei einem Notebook dieser Preisklasse woanders nicht. Allerdings sollte ein Notebook mit einem speziellen Sichtmodus eigentlich ein besseres Display bieten. Dafür überzeugte die Rechenleistung. Dank der Hybridfestplatte vermisst man einen stärkeren Prozessor in den meisten Fällen nicht. Wer gerne aufwändige Spiele spielt, sollte dagegen nicht zum Aldi Notebook greifen.